Hallo Leute, ich bin der Alfred Rauch, ich leite das internationale inklusive Kulturfestival Sichtwechsel, das vom 3. bis 7. Juni 2019 zum fünften Mal in Linz in Oberösterreich stattfindet. An meiner Seite die Theatergruppe Malaria des Diakoniewerkes Gallneukirchen in Oberösterreich. Wir alle möchten Sie ganz herzlich einladen, unser Crowdfunding-Projekt zu unterstützen. Sichtwechsel, das ist ein Festival, das Kunst von, mit und für Menschen mit Beeinträchtigung einer großen interessierten Öffentlichkeit vorstellt und präsentiert. Sichtwechsel gibt uns Künstler und Künstlerinnen eine sehr schöne Bühne. 2019 lautet das Festival-Motto Aufbruch in ein neues Selbstbewusstsein. Wir haben Subventionsgeber, wir haben Sponsoren, aber es fehlen uns noch 3.000 Euro in unserem Budget. Und ganz viele Tickets, die künstlich bleiben sollen für euch alle, damit ihr zum Festival von Sichtwechsel kommen könntet. Und sollten wir über dieses Finanzierungsziel hinausschießen, was natürlich schön wäre, dann würden wir mit diesem Geld zusätzlich Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung zum Festival einladen. Wir haben ganz tolle Überraschungen für euch. Schon mit 10 Euro seid ihr dabei und bekommt von uns eine Sichtwechsel-Grußkarte zugeschickt. Mit ganz viel Liebe. Und für all jene, die etwas mehr geben möchten, haben wir wunderbare Bücher und DVDs von, mit und über Menschen mit Beeinträchtigung vorbereitet. Wir haben Einladungen für die Eröffnung, aber auch für das Abschlussfest. Ihr unterstützt uns auch, wenn ihr unser Crowdfunding-Projekt auf Facebook und Twitter teilt. In diesem Sinn, vielen Dank für eure Unterstützung. Mit ganz viel Liebe. Kommt und feiert mit uns. Juhu! Hää! Wooo! Woo-hoo! Ja! Yeah! Vielen Dank.